Liebe Freunde, liebe Kollegen, unsere Partei steht vor großen Herausforderungen. Wir haben viel gemeinsam erreicht, wir haben viel gemeinsam gekämpft und das hat auch seine Ergebnisse gezeigt mit hervorragenden Wahlergebnissen, gerade im Osten mit einer großen Verankerung bei wirklich vielen Menschen im Land, die eben nicht nur Protestwähler sind, sondern aus Überzeugung unsere politische Kraft wählen. Und das ist die Arbeit aller, die hier mitgearbeitet haben und es ist vor allem die Arbeit der Leute und der vielen, vielen, vielen Mitglieder in den untersten Ebenen, derer, die vor Ort die Stammtische machen, derer, die vor Ort die ganzen Flyer verteilen und die Plakate hängen und dafür sorgen, dass in jedem auch so noch entlegenen Dorf die AfD präsent ist. Und an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank. Wir stehen aber genauso vor großen Herausforderungen und das zeigt uns auch gerade, wie unsere politischen Gegner aufdrehen. Wir haben eine Union, die vollkommen Merkelisiert ist, die auf ihrem letzten Parteitag nichts anderes zu tun hatte, als AKK zu beklatschen und eine Kanzlerin Merkel, die in ihrer letzten Erklärung im Bundestag ganz offen von der Transformation der Gesellschaft spricht. Genauso wie Annalena Baerbock von einer ökosozialen Transformation. Wir stehen also mit einem politischen Gegner konfrontiert, der nichts anderes will, als den radikalen Umbau unserer Gesellschaft und der uns deswegen auch für alle unsere Schwächen, die wir uns als Partei oder auch als Personen oder als Abgeordnete liefern, kritisiert und dafür werden wir angegriffen. Und jede, jede noch so kleine Schwachstelle wird genutzt. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Daraus ergibt sich aber auch eine besondere Verantwortung an unser Führungspersonal. Und hier ist mein Wunsch für einen friedlichen und einen konstruktiven Parteitag in Braunschweig. Wir brauchen ein Führungspersonal, das mit den großen Herausforderungen auch umgehen kann. Wir brauchen einen Bundesvorstand, der nach außen ständig präsent unsere Positionen vertritt. Wir brauchen einen Bundesvorstand, der nach innen die Partei organisiert und ihnen auch Leitlinien gibt, wo denn unser politisches Schiff hinsteuern soll. Ich glaube, die Partei hat sehr stark darunter gelitten, dass in einem ständigen Prozess des Austarierens und des nicht sich wirklich festlegen wollens auch viele Elemente der Führung verloren gegangen sind. Und das ist schlecht, weil dann am Ende jeder irgendwie sich zusammenpuzzelt, was wohl das Bild der Partei ist. Und am ehesten puzzelt es die Öffentlichkeit zusammen. Und das, was uns am meisten fehlt, das ist ein wirkliches Narrativ für die Zukunft. Die Grünen machen das gut. Die erzählen den Menschen was von grünen Landschaften und alle fahren elektrisch. Und am Ende sind alle glücklich. Und wir leben in einer wunderbar funktionierenden Multikulti-Gesellschaft. Dass das nicht funktioniert, wissen wir alle. Aber was wir als AfD unterlassen und sträflich vernachlässigen, das ist, dass wir ein eigenes Bild entwickeln, wie wir eigentlich Deutschland 2030 oder 2040 sehen. Dass unser Bild besser ist, dass natürlich die glücklichen Familien, die ihre Kinder wegen, durch die schönen Städte, durch die schönen Innenstädte schieben und nicht durch irgendwelche vermüllten Innenstädte, sondern durch schöne Innenstädte schieben und dass sie das auch können und dass sie sich auch noch ihre Autos leisten können und dass sie mit hohem Wohlstand in Deutschland leben. Das ist eigentlich das Bild, das wir durch unser Programm verwirklichen und das mit unserem Programm auch funktioniert, wenn wir wieder die D-Mark haben und so weiter und so fort. Aber wir vernachlässigen es, das in Bilder zu packen, die das vermitteln. Und die Bilder, die liefert dafür dann unser politischer Gegner. Als Nazi-Vorwurf, als ein Bild, das letztendlich nichts anderes als 1933 evoziert. Und das wird wiederum aufgehängt an verschiedenen einzelnen Verfehlungen und einzelnen Sätzen, die vielleicht mal doppeldeutig gewesen sein könnten von einzelnen Personen. Und wir müssen als Partei jetzt erwachsen werden. Wenn wir jetzt nicht liefern, wenn wir jetzt nicht unsere politische Agenda umsetzen können, dann werden es die anderen tun. Denn das Wissen, dass es in vier, fünf, sechs Jahren auch wirtschaftlich kracht mit dem Euro, der nicht funktioniert, ist ja bei den anderen genauso da. Das wird offen ausgesprochen, dass wir in circa fünf bis zehn Jahren in einer Weltwirtschaftskrise landen. Und die Antwort der Grünen ist ganz klar. Vereinigte Staaten von Europa und eine Transferunion Euro. Das muss uns bewusst sein. Und außerdem eine globale Migrationsagenda. Das ist genau das, was die anderen auf den Tisch legen und jetzt gemeinsam forcieren, auch mit Merkel. Das bedeutet, wir müssen jetzt, und zwar innerhalb der nächsten zwei Jahre, und das ist genau die Aufgabe dieses kommenden Bundesvorstands, eine Partei aufstellen, die hochprofessionell, hochprofessionell unser Programm in den Vordergrund stellt, erklärt, wie die anderen unsere Gesellschaft umbauen wollen und selbst ein positives Bild eines nicht umgebauten, eines konservativ verwandelten Deutschland bis 2030 und 2040 zeichnet. Und da müssen wir eben auch relativ rigoros vorgehen gegen Fehler und amateurhaftes Verhalten in unseren eigenen Parteien. Es muss klar sein, was ist denn in Ordnung, dass man auch in der Öffentlichkeit als Mandatsträger, als Amtsträger postet, sagt, was auch immer. Und wo sollte man sich vielleicht eher auf die Zunge beißen. Und da muss es auch gewisse Leitlinien einfach geben, weil das man als ganz normaler, sage ich jetzt mal, auch gar nicht so wirklich wissen kann, wo überall die Fettnäpfchen sind. Und da müssen wir ein bisschen auch die Partei an die Hand nehmen, im positiven Sinne an die Hand nehmen, ein positives Beispiel leben. Und wir brauchen Menschen im Bundesvorstand mit Respekt und Anstand und Würde. Und ganz ehrlich ist es das, was mich in der AfD am meisten verletzt, dass wir Menschen haben, die so komplett anstandslos bei uns sind. Die, um ihre eigenen Karrierechancen zu optimieren oder irgendwo ein Mandat zu erwerben oder das zu halten, Intrigen spinnen, Leute in der Partei abschießen, Kreisverbände zersetzen, was auch immer. Das ist nicht das, was ich an Respekt und Anstand und Würde erwarte. Sondern Respekt und Anstand und Würde bedeutet etwas zu leisten. Wirklich etwas zu leisten und nicht nur rumzusitzen und Bier zu trinken. etwas zu leisten, danach vorgehen zu können, zu sagen, guckt mal, das und das und das habe ich aufgebaut, das und das und das habe ich gemacht und das und das und das werde ich tun. Und das ist das, was eigentlich ein Amt dann letztendlich verdienen sollte und nicht irgendwelche Netzwerkstrukturen. Und wenn wir nicht über diese Netzwerkerei als Partei empor wachsen, dann habe ich die Befürchtung, dass wir vielleicht auch diese große Aufgabe, die wir für Deutschland übernehmen müssen, nicht schaffen. Wir haben nun in Braunschweig die Bundesvorstandswahlen vor uns und ich werde hier den Teufel tun und einzelne Personen kommentieren. Mein einziger Wunsch ist es, dass wir einen Bundesvorstand zusammensetzen, der genau diese Anforderungen erfüllt, der nach außen gut kommunizieren und ein positives Bild von Deutschland, wie wir es uns vorstellen, darstellen kann, der nach innen eine wirkliche Führungsaufgabe übernimmt und nicht sagt, naja, wie bei den Grünen, anything goes, wir sind halt ein gäriger Haufen. Das reicht nicht mehr. Und der drittens auch wirklich den Anstand und den Respekt und die Würde vertritt, die die Menschen in diesem Land ja nun auch möglich dringlich von der Politik erwarten. Der Grund, warum sie sich doch von den anderen abwenden, ist, dass sie sehen, wie dreckig die Politik bei den anderen ist. Also müssen wir als AfD saubere Politik machen. Das mag für viele in Widerspruch sein, aber mit diesem Anspruch sind wir angetreten. Und deswegen hoffe ich, dass alle Delegierten an diesem Parteitag in Braunschweig auch nach diesen Maßstäben ihre Wertung vornehmen werden. Ich selber habe kommuniziert und das tue ich an dieser Stelle auch noch einmal, dass ich gerne bereit bin, einem solchen Team anzugehören, wenn sie der Meinung sind, dass ich diese Voraussetzungen oder diese persönlichen Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, auch mitbringe. Ich habe in diesem Bundestag sehr viel Arbeit investiert, in meine Arbeit in der Fraktion, in meine Arbeit als Abgeordneter, in die Arbeit mit der Öffentlichkeit und viele von ihnen wissen, was ich tue und wie ich es tue. Und viele von ihnen wissen, dass ich gerne mal bereit bin, sehr direkt zu werden, sehr offen zu werden, sehr klar zu sprechen, auch gegenüber Merkel nehme ich mir kein Blatt vor den Mund, wie in der einen Fragestunde, wo ich sie mal gefragt habe, wann sie endlich mal zurücktritt. Und man muss auch in entscheidenden Situationen Führungsstärke und Nervenstärke beweisen, wie vor wenigen Wochen, wo Götz Frömming und ich die namentliche Abstimmung verlangt haben, um zu beweisen, dass das Präsidium gelogen hat bezüglich der Beschlussfähigkeit, um zu beweisen, wie demokratiewidrig die anderen handeln. Oder zum Beispiel in der Verhandlung zum deutsch-französischen Parlamentsabkommen, wo ursprünglich die SPD wollte, dass alles verbindlich wird und ich habe es geschafft, die Verbindlichkeit wegzuverhandeln. Und zwar mit ganz klaren Verweisen auf die Rechtsordnung und letztendlich damit den größten Erfolg für unser Land noch erzielt, weil wir unsere Souveränität des Parlaments gerettet haben. Manchmal hängt es an einer Person. Und das sind Dinge, auf die ich persönlich stolz bin und wo ich sage, dafür bin ich gewählt, diese Aufgabe erfülle ich, das mache ich sehr, sehr gerne. Und wenn sie allerdings der Meinung sind, dass ich das vielleicht auch für die Partei machen sollte, innerhalb der Partei wirken sollte, im Bundesvorstand, dann bin ich dazu bereit. Das ist keine einfache Entscheidung gewesen und ich habe auch kein Netzwerk hinter mir. Ich sage das ganz offen, ich war nie ein Netzwerker, ich war nie ein Lobbyist. Ich bin ein bisschen im Prinzip durch Zufall auf diese Brandenburger Liste damals gekommen, die mich in diesen Bundestag gebracht hat. Aber ich setze einfach darauf, dass mich die Menschen angucken und ihr Urteil bilden. Und sicherlich gibt es einige, die sagen, der Typ ist ein Arsch oder die es mir noch übel nehmen, dass ich mal irgendwann was gesagt habe. Aber ich sage immer lieber, sage ich direkt, was ich meine und was ich denke. Dann wissen wenigstens die Leute, was ich sage und was ich denke und was ich meine und dann stehe ich dazu. Anstatt, dass ich gar nichts sage und immer mein Fähnchen nach dem Wind drehe, das kann ich nämlich nicht leiden. Und wir brauchen Leute, die ihren Mann stehen, Leute, die deutlich ihre Meinungen einbringen, sich darüber dann im Bundesvorstand gerne wie die Kesselflicker streiten, aber am Ende muss ein gutes Ergebnis stehen. Und nach dem Motto habe ich immer gehandelt, als Kreisvorsitzender schon gehandelt, als Fraktionsvorsitzender schon immer gehandelt. Die Fraktion hat sich teilweise im Kreistag wirklich diese vier Leute, die wir nur waren. Wir hatten unterschiedliche Positionen. Wir haben uns öfters mal gestritten. Es gab zwischenzeitlich auch die Drohung, oh, jemand verlässt die Fraktion, weil er versucht hat, uns zu erpressen. Die Fraktion hielt bis zum Schluss mit ihren vier Leuten durch. Und auch das ist, glaube ich, ein Verdienst, das ich habe. Ich bin gerne bereit, wie gesagt, Verantwortung zu übernehmen und bin gerne bereit, weitere Gespräche diesbezüglich mit Ihnen zu führen. Wir sehen uns in Braunschweig. Herzliche Grüße.